Super! Voll Rio zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Vlog. Wir sind hier mit einem Teil von Unerhört. Wir müssen heute auf einer Hochzeit sinken. Ganz spontanes Ding. Und dafür müssen wir bis nach Münster und noch ein bisschen weiter. Und ich fange an mit Uli und Jörg und hier ist schon eine riesige Stimmung. Und dann blinkt die über die Bicke und nimmt sie auf. Wenn sie aufhört zu blinken, dann nimmt sie auf. McDonalds ist für dich das wahre Restaurant. Ein schickes Trio. Das war für deiner Wahl. Nur für dich. Den Rest, den weiß ich nicht mehr. Hey, Monat, werfeier ein. Du musst dich nur trauen. Denn ich habe schiere Chance vor Vögeln. Und die Tofovie. Und die Tofovie. Aber sie sonst noch nie. Aber sie sonst noch nie. Jetzt geht's ans Aufbauen. Alles raus. Und das Scheißwetter ist alles schwule Kacke. Yeah. So Leute, wir von Unhört sind ein Überraschungsgast. Aua, du Fiekst. Hallo. Für eine Hochzeit. Und die wissen nicht, dass wir kommen. Wir sind schon gespannt, wie die gleich reagieren werden. Wir wissen es auch nicht. Jetzt geht's los, Leute. Wir machen, das wird man unschwer erkennen, A Cappella musik. Weil wir kein Geld für Instrumente haben. Und, äh, ich meine, seid jetzt mal ein Kacke. Ich mach den Millionär und wette das auf. Ich hol dich ab in der Hose und Tabella. Und dann im Moment noch singen ich hier nur A Cappella. Die Welt ist so gemein. Mein, mein, mein. Bastian. Großartig. Riesenapplaus für den Freudeck. Eines Fantastik. Riesenapplaus für den Freudeck. Und wie? Unerde. So, Quater ist zu Ende. Jetzt ist noch ein ganz kleines Rad klar. Bevor ich nach Hause fahre. Aber bitte kann verraten, dass ich eins getrunken habe und dann nach Hause gefahren bin. Macht sowas nicht nach. Tja Leute, das war's mit dem heutigen kleinen Mini-Vlog vom Konzert. Während ich hier gerade rückwärts versuche, meine Einfahrt reinzufahren. Und die ist sehr eng, aber scheint irgendwie zu klappen. Dank Rückfahrkamera geht das alles irgendwie in irgendeiner Weise dann doch. Ich hab trotzdem mal ein bisschen Sorge. Ich hoffe, euch hat der ganze Vlog gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und denkt dran, unerhört gibt es auch noch andere Songs auf meinem Kanal. Also guckt mal vorbei. Gebt das doch einfach mal bei Google ein. Und ich danke euch fürs Dabeisein. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Ciao.